Hallo, hier ist euer Marvin12Marvin und ich zeige euch heute mal einen Ticket-Server Der wurde erstellt von Matthias.Nivenützen Hier so seht ihr mein Haus, aber es ist noch nicht fertig Es können noch ein paar Tage dauern Hier ist das Hotel von Tammo Ein riesiges Hotel, ist ja schön Hier seht ihr eine Pyramide Hier könnt ihr ein Haus einbauen, aber hier war früher ein Labyrinth drin Das wurde jetzt geschlossen Hier ist unser Swimming Pool Hier so ist unser Haus Riesenhaus, hier auch Da ist ein Eingang zu einer Mine Hier ist Matthias Haus Hier so Da ist Da ist unsere Feuerwerksaketenshow Hier sind die Schalter Schilder stehen hier, was man damit machen kann Dann ist hier unsere riesige Bank Sehr schön ist es da drin Hier so geht es zu unserem Wassernhäuser Da hinten sind irgendwo die Unterwasserhäuser Da ist unsere Windmühle Unsere riesige Windmühle Ja Hier oben ist das Fußballstadion Da geh ich jetzt mal hin Das dauert ein bisschen Das dauert ein bisschen Das ist sehr schön Ich bin doch manchmal Fußball drin Ich geh jetzt auch von oben rein, das ist schon ein Loch Hier so sieht das von drin aus, so Jetzt zeige ich euch noch, wo unser Kino hin soll Hier soll unser Kino hin, da sind sie schon am Abreißen, Matthias und Tamo Dann ist hier unsere Unser Leuchtturm Entschuldigung Unser Leuchtturm Ist auch sehr schön Da sind die Unterwasserhäuser Sogar mit einer Mit so einem Spiel, da kann man drin spielen, da muss man sich abballern oder abschießen Da ist noch so ein Haus Kann man auch drin wohnen So, jetzt gehen wir zu unserer Brücke Die ist da Hier ist unsere riesige Brücke Da ist unsere Stadt und hier kann man, hier ist noch eine andere Stadt Da steht aber nur ein Haus Hier könnt ihr auch bauen Hier ist der Dschungel Dann zeige ich euch jetzt nochmal unseren Shop Ich habe meine Schmerz und die Stadt Und behaue ich jetzt auch noch ein Haus Die Schmerz vom H&P Hier ist unser großer Schacht, ich geh auch mal rein. Hier oben kann man Sachen kaufen, ganz schön viele, ist auch billig. Hier kann man Sachen kaufen, Jetpack, Redstone, Lapis, Kohle und hier auf der Seite geht es weiter. Dia-Sachen und Eisensachen und sowas, Glowstone, Goldbarge. Da geh ich wieder raus und zeig euch noch ein Haus. Hier so könnt ihr auch abernten, Sachen und wieder anpflanzen, nicht vergessen. Bei der Brücke gibt es auch noch ein Haus. Da, schönes, das ist ein schönes Haus. Das sieht ja schön aus. Das war so, das war schon so. Wir kehren drin los. So. Das war's. Also, abonniert mich schön und kommentiert, was ich als nächstes Mal zeigen soll. Ja, und das war's natürlich. Bye. Tschüss.